Herzlich willkommen hier in St. Ludwig Darmstadt. Vielleicht gehören Sie auch zu denen, denen das Singen in der Adventszeit besonders fehlt. Als einen kleinen Ersatz möchte ich Sie einladen, jetzt mit der großen Orgel die drei Strophen des Liedes Tochter Zion zu singen. Ich spiele immer den vierstimmigen Chorsatz. Wenn Sie möchten, können Sie zu Hause auch mehrstimmig singen. Sie können natürlich auch einfach nur zuhören. Als Nachspiel gibt es ein Stück von Alexandre Guillemont, der eine Komposition über das gleiche Thema geschrieben hat. Ihnen nun viel Freude und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020